Grrrr. Wo war die Tür? Äh... Hier. Äh... Ah! Entschuldigung ist er das. Schon wieder zu viel Zeit verschwendet. Ja. Und nicht so weit in den Raum rein rennt. Und dann rechst du das nicht hin, dass du nicht vergreifen kannst. Ich seh ja irgendwie nix. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt weiß, wo die Tür ist. Boah! Nimm jetzt die Tür, verdammt nochmal! Hassattacken, eh! Nee, ne... Manchmal will die Steuerung nicht so richtig alles schlagen. Schau! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, und weiterlaufen. Oh mein Gott! Nein! Hier noch davon, eh! Ist schon da! Nein, 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 nein! Boah! Flippchen! Oh mein Gott! Aber eine Tür weiter! Ja, eine Tür weiter, ja. Next door to Alice. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du dir den Scheiße gemacht? Tja, ich will nicht nochmal nachgucken. Na! Verdammte Scheiße! Ach Scheiße! Das ist doch Dreck! Vielleicht musst du dir offen bleiben. Ja, kann sein! Dass du einfach weiter rennen musst. Das kann durchaus sein! Also, immer wenn du sie kreist, wird sie ja so... Fluffig. Fluffig! Fluffig! Okay, dann rennen wir weiter. Oh mein Gott! Ah, noch eine Tür. Die kannst du schon wieder zumachen. Oh nein! Du kannst die Tür nicht wieder machen! Du kannst die Tür nicht wieder machen! Aufstehen wieder! Oh Scheiße! Tür, Tür! Oh nein! Fuck! Boah, das ist super! Heftig! Oh mein! Also, ich würde auf jeden Fall bei jeder Tür versuchen, die zuzumachen. Wenn es nicht sofort geht, dann weiter rennen! Beim Umdrehen hat er mich ja schon meistens. Ich weiß nicht. Komm! Du schaffst das! Tschakka! Ja, aber... Ich will die nicht zumachen! Doch! Doch! Okay, ich mach da... Ähm... Und... 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 Und wieder zumachen! Und... 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 Ach ne, weil ne echt? Genau. Bei der. Das gibt's doch nicht! Krieg ich den Griff da nicht zu packen? Oh! Ich bin... Nein! Scheiße! Ich hasse jetzt! Ich glaub, das war gut. Ja. Das war dann die erste und die letzte Tür, die sie so implementiert haben. Ja. Vielleicht haben die dich gefilmt. Weißt du? War das eine Action-Szene aus dem Film? Vielleicht. Ja, wer weiß. Ja, möglich ist es. Darf man mir aber ruhig sagen, dass das nicht echt ist. Ja. Die Tode waren aber schon. Ja, weiß man ja nicht. Vielleicht sagen die einem das ja nur. So, Age, du bist tot. Hab ich gar nicht. Boah, das war ein Akt, ey. Ach, echt. Das muss ich so nicht öfter haben. Könnte mich gerne mal erschrecken, aber... nicht so... Ich nehm das mit dem Erschecken wieder zurück. Es riecht nicht immer noch. Was? Oh, war schnell aufs Töpfchen. Ja, wir lassen ja kein Badezimmer aus, ne? Ja. Lass mal duschen, Mann. Da aufdrehen. Abziehen. Hände waschen. Handtuch kann ich nicht benutzen. Egal. Setze die Maske auf. Da geht's hoch. Sieht aus, als hättest du einen guten Start erwischt. Freut mich, dass du und der Regisseur euch gut versteht. Mach einfach weiter so und dann ist das Ding bald im Kasten. Dein Freund und Agent. So, so. Äh, okay. Wir haben ja jetzt ein Dia. Fällt mir doch mal so ein. Mhm. In jedem Schauspieler steckt die Rolle seines Lebens. Der eine Charakter, für den man bestimmt ist, sei der Bildhauer. Verleihe dem Gestaltlosen eine Gestalt, bis nichts weiter bleibt als die Wahrheit. Ah. Zeige dir das Gesicht. Das sind doch die Buchstaben, die auch auf der anderen Seite stehen, ne? Mhm. Mhm. Doch. Aber da fehlt eben was. Ja. Charakter, Charakter steht da. Mhm. Ja. Das sind die vertreten Buchstaben. Genau. Ja. Charakter setzte die Maske auf. Mhm. Mhm. Wusstest du denn das Dia, hast du das irgendwo, hast du ein Inventar oder sowas? Nee, irgendwie, also, beziehungsweise, ich hab zumindest noch nicht, wie ich hier und irgendwas... Er benutzt ja meistens die Sachen immer von alleine, die man... Ach so. Also ich hab... Aber konntest du jetzt auf dem Dia irgendwas erkennen? Ähm, einmal dieses Dia und dann ist noch ein zweites da. Ja. Ja, aber irgendwie musst du die da reingehen. Ja. Vielleicht ist das hier schon das zweite da. Ist das ja, das dachte ich mir auch. Oh, ein Bett. Ich weiß nicht, wie wir die gefunden haben. Ey, vergiss es nicht, ihr Ding. Warum nicht? Ach, ein Metronom neben dem Bett. Darf ich da jetzt mal irgendwie Kommentare? Zum Einschlafen? Es soll ja Leute geben, das sowohl gut, ne? Aber ich würde da irre mit. Ich könnte das ja gar nicht. Ja. Genau, auf einer zu. Okay. We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart as I grew up not far from here myself. A few things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Maybe you won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Good morning, young man. What's your... Good morning, good man. You're warm. Okay. What's your name? Uh oh. Dreams. Machen wir mal die andere Rolle. Testing. One, two, three. Testing. One, two, three. One, two, three. Testing. Two, three. Oh, dann kannst du dieses Teil, dieses Klackding mal da ausmachen. Das ist auch nicht ganz klirr. Ja. Zeige dir dein wahres Gesicht. Guck mal, vielleicht findest du da oben irgendwas. Kannst du die Leiter hoch gehen? Nee, da war doch ein Gesicht, da war ein Auge, oder? Ja. Irgendwie so könnte das sowas sein. Aber... Aber muss nicht, zwangsweise. Nee. Was soll ich gucken? Die Leiter hoch. Ach so, ja, ja, da kann ich garantiert hoch. Oh, unwahrscheinlich hier. Aha. Kann bei mir sein. Äh, hm. Äh... Kein schönes Wetter. Nee. Hä? Oh, ein Boot. Ein... Kinderboot. Oh, das geht unter. Spielzug. Nein, doch nicht. Ich nehme hier die Maske, die ich aufsetzen soll. Um ein bares Gesicht zu zeigen. Ach ne, Lexis war aufs Gesicht. Das will keiner sehen. Vielleicht kannst du die noch nehmen oder so, jetzt hast du erst mal nur eine Decke. Genau. Kann ich die? So. 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 So.